Einen wunderschönen wünsche ich euch. Ja, herzlich willkommen zu einem Let's Show Retro 3,5. Ja, nicht die 4, wie später im Spiel während des Kommentierens live angekündigt, sondern es ist die 3,5. Es ist es nicht zwingend wert, daraus die 4 zu machen, sorry, denn es hat doch sehr viele inhaltliche Macken. Aber Logikprobleme, nachvollziehbare Probleme, ungeachtet dessen, dass sich die Entwickler Burns dort sehr viel Mühe gemacht haben, im Vergleich dazu ein Jahr zuvor. Das Spiel in 320x200, jetzt in 800x600 und detaillierte Rendergrafiken und Vertonung und ein und ein, alles schick, alles toll. Aber die inhaltlichen Schwächen, das tut schon stellenweise wirklich weh und wie weh das stellenweise tat, das könnt ihr euch am eigenen Leib anschauen und anhören. Ich hoffe trotzdem, dass ihr dabei Spaß habt und wünsche euch gutes Zusehen. Das Weltall. Unendliche Weiten. Das Raumschiff Bonn fliegt zur Galaxis Futura. Kapitän Gysi hat das Kommando. Kommander Kohl liegt auf Eis. Die Crew schläft. Alles ist ruhig. Alles ist ruhig? Alles ist ruhig? Wenn die glauben, mich für immer los zu sein, haben sie sich gewaltig geirrt. Ich komme wieder. Ein Wunderschön. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Netzshow Retro. Das müsste die Nummer 4 sein. Ha, nicht nur müsste, es ist die Nummer 4. Denn sie kommt genau nach der Nummer 3. Zufälligerweise. Und die war nämlich schon Kapitän Gysi und das Raumschiff Bonn. Das ist der zweite Teil. Da ist kein DOS-Spiel mehr. Das ist ein Windows-Spiel. Kam auch gerade mal ein knappes Jahr danach. Und setzt die Geschichte natürlich fort, wo der erste Teil aufhörte. Ich hatte ja schon dort eine Zusammenfassung gebracht. Ich finde es wirklich spitze. ehrlich, dass sich Parteien selber mit auf den Arm nehmen. Und das soll jetzt auch keine inhaltliche oder politisch inhaltliche Wertung sein. Ich finde es auch klasse, dass sich Menschen selber mit auf den Arm nehmen. Ich meine, die Darstellung von Gysi ist ja, doch ein bisschen mehr in Richtung Slapstick. und er hat es selbst vertont an dieser Stelle oder sich selbst gesprochen, was ich mitunter bemerkenswert finde. Ich habe vor, dass diese vierte Folge auch ein bisschen länger gehen wird. Ich hoffe, dass es ausreicht von der Zeit. Ich möchte nämlich, weil es doch relativ übersichtlich ist, dass die Lösung, werde ich die Lösung komplett durchspielen als Walkthrough, aber eben halt nicht als, wir probieren alles aus, sondern eben so schnell wie möglich, aber eben halt gesittelt zum Ziel kommen. Und das vielleicht, wenn es in einer Stunde bleibt, dann als einzelne Folge rauszuhauen. Das wäre mir persönlich lieb. Das werden wir dann sehen an der Stelle. Nichtsdestotrotz nicht mehr so viel labern. Wir spielen jetzt einfach. Und zwar, ach, was haben wir denn da? Den guten alten Kinkelstein. Hallo Kinkel, alter Stein. Wo kommst du denn her? Haben sie dich auch aus dem Raumschiff Bonn geworfen? Man merkt es auch, manchmal ist die... Huch, wer seid ihr denn? Manchmal ist auch die, äh, ähm... Ja, die Emotion, die, ähm... Die ist richtig überschwänglich, ja. Eine Wünsche-Route. Die nehmen wir mit. Das Handling ist ansonsten das gleiche. Links-Klick, äh, auf den, ähm, Kinkelstein. Ja, ja. Äh, ist zum Öffnen, äh, vom Inventar, äh, ja, notwendig. Rein gepackt wird es automatisch. Doppelkopf. Hallo. Hallo Fremder. So allein? So allein bin ich nicht. Jetzt sind wir schon zu dritt. Zu zweit. Wir haben zwar zwei Köpfe, denken aber wie einer. Wenn schon, dann zu viert. Kinkelstein ist auch noch da. Dann zu dritt. Wir sind ein Kopf. Ich bin beeindruckt. Wie macht ihr das? Das wissen wir nicht. Auch nicht schlecht. Hauptsache es funktioniert. Wir haben uns ewige Treue geschworen. Etwas anderes wird euch auch nicht übrig bleiben. Wir sind uns richtig ans Herz gewachsen. Das kann man so sagen. Wir streiten uns niemals. Übertreibt ihr jetzt nicht ein wenig? Dialoge sind manchmal noch ein bisschen flach. Ähm, aber, ähm, ja. Es, äh, der Ernst ist ja da auch nicht vorhanden. Beziehungsweise, wie soll ich es am besten ausdrücken? Es ist halt so gewollt. Ja? Ihr versteht, was ich meine. Okay. Äh, nichtsdestotrotz. Wir brauchen diese beiden, äh, Typen ganz kurz. Denn sie haben, ähm, in ihrer Tasche da dieses Büchlein. Das brauchen wir. Hallo? Äh, wir müssen ein bisschen Abstand halten. Ist ein bisschen nervig. Hallo? Hallo? So, jetzt. Äh, und zwar, wir können jetzt noch ein paar andere Dialoge. Nicht alle Dialoge führen irgendwie zum Ziel. Das kennen wir schon aus dem ersten Teil. Äh, zum Beispiel. Druschba. Was? Druschba. Nix verstehen. Druschba, das heißt Freundschaft. Wir sind schon dicke Freunde. Ich meine damit einen freundlichen Gruß von mir an euch, ihr Köpfe. Wir suchen uns unsere Freunde aus. Und du gehörst nicht dazu. So, zum Beispiel. Aber, wir wollen sie in einen Zwist verwickeln. Ich grüße dich. Mich? Mich. Nein, dich. Also doch mich. Wer sollte dich schon grüßen? Er meint mich. Ich grüße den Oberkopf. Na bitte, da hast du's. Sag ich doch. Er meint den Chef, also mich. Du bist hier der Chef, dass ich nicht lache. Wir haben es aber so ausgemacht. Das ist gemeint von dir. Bist du jetzt traurig? Ich bin von dir sehr enttäuscht. Und ich bin sehr erfreut. Hahaha. Wir haben jetzt nämlich ein... Ich wünsche dir nur ein Telefonbuch. Das Telefonbuch der Doppelköpfe. So. Dann gehen wir weiter. Die nächste Geschichte, hier ist sonst nix. Ist dann hier eine Hirsehöhle. So. Schauen wir mal. Wie ist dein Name, eiskraues Männlein? Man nennt mich Zwerg Hirsehöhle. Aha. Und wo ist dein Bart geblieben? Wo ist dein Bart geblieben? Das ist eine lange Geschichte. Sag es einfach in einem Satz. Plötzlich war er weg, mein Wolfgang. Wer ist Wolfgang? Mein Bart. Er heißt Wolfgang. Dein Bart ist einfach abgehauen? Er ist von mir gegangen. In der Tat. Und ein Zwerg ohne Bart ist wie ein Bart ohne Zwerg. Warum stehst du nicht einfach auf? Gehst raus und suchst nach deinem Bart? Du meinst, ich soll mich aus diesem Sessel erheben, durch den Eingang meiner Höhle ins Freie treten und mich dort nach dem Verbleib meines Wölfels umschauen? So kann man es auch formulieren, in der Tat. Das ist eine Überlegung wert, ja. Darüber lohnt es nachzudenken. Mhm. Wenn ich nochmal stören dürfte. Du bist willkommen, Fremder. Ich habe einen Vorschlag. Ich bin offen für jedes Gespräch. Schön. Ich würde jetzt rausgehen und dein Bart suchen, während du darüber nachdenkst, ob du jetzt rausgehen solltest, um dein Bart zu suchen. Das ist ein guter Gedanke. In der Tat. Darüber lohnt es nachzudenken. Aber denke schnell. Außerdem möchte ich dafür eine Gegenleistung. Du willst meine Geschichte hören? Ich dachte an Belohnung und nicht an Bestrafung. Wenn ich dir den Bart zurückbringe, solltest du mir einen Wunsch erfüllen. Zwerge können doch Wünsche erfüllen, oder? Ja, das lernen wir schon in der Waldschule. Ja, in der Tat. Waldschule klingt zwar verdächtig nach vermurksten Zaubersprüchen, aber einen Versuch ist es wert. Okay. Also, das sind schon einige Perlen im Dialog sind da mit bei. So. Wir nehmen alles mit, wie es halt so ist. Was ich schon im Vorfeld mitbekommen habe, es gibt einige Stellen, die sind wieder so... Ach, wie soll ich sagen? Die sind so schwierig herauszufinden, was man da machen soll, wenn man sich dann nachher die Komplettlösung anguckt. Das ist schon so ein Manko vom ersten Teil gewesen, deswegen hatte ich es damals nie durchgespielt gehabt. Hier ist zum Beispiel Bart von Wolfgang. Wir können aber hier noch die Stadt zählen. Ich lasse die hier allein. Und auf einmal taucht hier hinten ein Licht auf. Da ist die Bar. Was ist das? Dann gehen wir einfach mal hin. Und, hui, ein Survival-Pack. Und gehen in die Küche. In der Küche haben wir... Was haben wir denn hier in der Küche? Äh... Eine Tüte haben wir. Cool. Und einen Entsafter. Zum Beispiel, also das könnte man noch herleiten. Aus den Beeren dieser Pflanze kann man rote Farbe pressen. Ha, okay. So, und du? Mit diesem Ding lassen sich Früchte sogar dann entsaften, wenn der Baum noch dranhängt. Nein, das wird nichts. Was man hier zum Beispiel nicht mitbekommt, man kann es höchstens erraten, ja, da ist es irgendwie verstopft jetzt. Dumme Sache, das. Mehr haben wir hier nicht. Wie geht es weiter? Uh, ach, das ist... Angie, oh. Wir müssen zusammen eine gemeinsame Lösung finden. Also ähnlich. Kann ich etwas Wasser haben? Was? Wasser. Wasser? Wasser. Wasser. Das hätte ich auch gern. Eine Bar ohne Wasser? Womit werden hier die halbvollen Gläser aufgefüllt? Ich bin untröstlich, aber von meinen letzten Reserven kann ich Ihnen leider nichts abgeben. Wann kommt der nächste Wassertransport? In drei Tagen, aber nicht zu mir. Rechnung nicht bezahlt? Viel schlimmer. Ich habe den Antrag auf Zuweisung der nächsten Wasserration zu spät eingereicht. Aber eine Bar kann doch nicht ohne Wasser betrieben werden. Ich stehe ja auch vor dem Ruin. Wenn ich Ihnen helfen kann, bringen Sie mehr Wasser. Jeder Tropfen zählt. Ich werde Sie reich belohnen. Cool. Ich möchte einen Trink bestellen, aber ohne Wasser. Das will ich auch hoffen. Was können Sie empfehlen? Wenn Sie mich so direkt fragen, blauer Würger, der hat Sinn sich. Dann her damit. Cool. Wie, was ist da drin? Böses kleines Alien. Ah! Ah! Oh, jetzt sind meine Ohren taub. Okay. Ah! Aua. Gut, das kriegen wir jetzt so ohne weiteres nicht, oder? Ach doch, wir haben eine Seife. Wahrscheinlich aus dem Idola Lebens-Package hier. Oh, 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 oh. Warum auch immer das jetzt so möglich ist. Und warum auch immer wir jetzt den Spaten nehmen können. Entschuldigung. Psst. Entschuldigung. Psst. Noch leiser geht's nicht. Dann wird Zeichensprache. Du musst nicht leise reden. Tatsächlich? Mir war so, als hätte ich Psst gehört. Ich habe auch Psst gesagt, aber nicht gemeint, dass du leise reden sollst. Ach so. Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Was willst du mir sagen? Ähm. Ich kann dir etwas ganz Besonderes zeigen. Das glaube ich nicht. Sieh her. Ich habe ein leeres Glas. Was siehst du in dem Glas? Nichts. Du siehst einen letzten Tropfen vom Ratzebutz-Cocktail. Dafür ist meine Brille zu schwach. Ich berühre den Tropfen mit der Zaubermurmel. Donnerwetter. Ich trinke den Ratzebutz-Cocktail. Donnerwetter. Ich berühre einen Tropfen mit der Zaubermurmel. Donnerwetter. Ich trinke den Ratzebutz-Cocktail. Cool. Ich will die Zaubermurmel. Nicht so schnell. Ich bin so fremd hier. Ich habe vergessen, woher ich komme. Zeig mir, wo meine Heimat liegt und du bekommst die Zaubermurmel. Hast du eine ungefähre Vorstellung von der Größe des Universums? Wie soll ich herausfinden, woher du kommst? Zeig es mir und du bekommst die Zaubermurmel. Hm. Ach, was ist das denn? Eine Broschüre? Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Nicht gerade aufbauend für eine Broschüre aus dem Survival-Pack. Okay. Ah, darauf habe ich lange gewartet. Wo hast du es gefunden? Gleich um die Ecke auf dem Schrottplatz neben der Bar. Ah, so weit. Bis dahin bin ich nie gekommen. Na, endlich. Der Typ sitzt schon seit drei Jahren hier und säuft umsonst. Dieser Kerl muss die Wiedergeburt von Norm Peterson sein und meine Bar mit dem Cheers verwechselt haben. Ja, das sind nur ein paar Anspielungen. Dann haben wir noch Angie. Angie. Du alte Kifferbraut. Hier ist eine Papiertüte. Ich sehe am Leuchten deiner Augen, dass du eine positive Schwingung mit mir teilst. Hier ist deine Tüte. Hab Dank, Bruder. Nimm den ganzen Frieden dafür. Nimm auch das Hab-mich-Lieb-Räucher-Stäbchens. Wird dir nützlich sein. Da weißt du mehr als ich. Jetzt haben wir hier, guck mal, ein Piece. Wow. Und was macht man aus dem Piece? Wow. Da macht man einen Mercedes-Stern. Warum auch immer man einen Mercedes-Stern braucht. Angie ist jedenfalls bedient. Die hat jetzt eine Tüte. Und mit dem Mercedes-Stern, beziehungsweise mit dem Teil, was abgegangen ist vom Mercedes-Stern, können wir den Entsafter. Aber doch nicht so. So, können wir den Entsafter irgendwie. Und wir haben rosa-roten Saft. Juhu. So, was bauen wir denn noch? Ja, dann gehen wir mal hier raus. Und gehen. Ist das laut? Und nutzen jetzt einfach mal. Wo sind sie? Da. La, 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 la. Ja, ja. Wir suchen jetzt die Stelle. Au! Das war deutlich genug. Hier scheint es Wasser zu geben. Aber ohne Spaten wird das nichts. Tja. Mehr Spaten. Plupp. Plupp. Ha. Das Rohr ist verstopft. Jemand müsste es reinigen. Dafür bin aber selbst ich zu groß. Ah. Da ist es denn. Der blaue Würger. Warum auch immer. Super. Ja. Dann haben wir jetzt weitere Dinge. Wo ist denn der Bart? Bart, Bart, Bart. Bart, 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 Bart. Bart, 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 Bart. Bart, 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 Bart. Der ist er nicht. Wo ist der Bart? Da ist er, Bart. Der passt denn nicht in die Sequenz. Wir haben doch. Haben wir nicht. Habe ich es nicht mitgenommen? Oh. Jetzt mal im Ernst. Habe ich es wirklich nicht mitgenommen? Oder habe ich es jetzt übersehen? Wir brauchen das doch für den Bart, Bart, Bart. Bart. Achso, eine Sache möchte ich noch einstellen. So. Damit er ein bisschen flinker ist. Ich habe es nicht mitgenommen. Skandal! Zuschauer werden mit dem Schwimt gedacht haben. Mönch, warum nimmt das nicht mit? So, da ist der Bart. Da, ba, 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 ba. Mehr Kinkelstein. Wir brauchen den Saft. Und jetzt haben wir... ...einen Bart Wolfgang. In rosa. Und den geben wir... Wölf, Herr, Wölfie. Komm an mein Kind, geliebtes Drahthaar. Ich möchte ja den Akt der Wiedervereinigung nicht unterbrechen. Aber wenn ich freundlichst an den Wunsch erinnern durfte, den ich jetzt frei habe... Wölfchen, dass du mir das nie wieder anzustoßen. Wolltest du, äh, Papa hat sich ganz große Sorgen gemacht um seinen kleinen Wolfgang. Bist du müh, hungrig, durstig? Willst du eine Tellersuppe, oder soll ich dir aus meiner Biografie erzählen? Es war einmal vor langer, langer Zeit, da gab es ein Land, das hieß Teteret. Weg ist er. So viel zum Thema Dankbarkeit. Genau. Warum auch immer wir hier das Wasser reinmachen müssen. Oh, jetzt wird's spannend. Wir speichern. In die Unterwelt. Ein Hubschrauber. Ah. Wer bist du denn? Kante. Der gibt die Kante. Es kann gefährlich werden, einen Beamten zu stören. Wenn ich einmal stören durfte. Heute keine Sprechzeit. Vielen Dank. Hahahaha. Entschuldigung. Äh, bis hierhin hab ich nicht vollgespielt. Entschuldigung. Den hab ich noch gar nicht gehört. Oh, der ist aber schnittig. Ja. Heute keine Sprechzeit. Wenn ich einmal stören durfte. Heute keine Sprechzeit. Vielen Dank. Hahahaha. Äh. Tja. Und nun? Können wir nicht mit ihm reden? Aber doch nicht so. Okay, also zurück. Oh. Warum habe ich ihn auf schnell gestellt, wenn es nicht schnell läuft? Raus hier. Und dahin. Zur Bar. Wir müssen das Wasser zurückgehen. Ach, gehen wir mal. Freude durch Penunze. So, also, Wasserhahn. Können Sie mich glücklich machen? Haben Sie Wasser gefunden? Ja, das heißt nein. Oder doch, möglicherweise. Also ja oder nein? Ich habe ein Wasserrohr mit einem Wasserhahn gefunden. Und wenn Sie den Hahn aufdrehen, kann Wasser herauslaufen. Wasser. Endlich. Hier, ich schenke Ihnen dafür den Universalzündschüssel für alles, was fliegt. Ich kann ihn nicht mehr gebrauchen, weil ich mich leider von meinem geliebten Drei-Punkte-Shuttle trennen musste. Naja, Sie wissen ja, diese dumme Sache mit dem vergessenen Antrag. Und das Geschäft geht seitdem schlecht. So ganz ohne Wasser. Ich habe mir unter einer reichen Belohnung zwar etwas anderes vorgestellt, aber man soll ja nicht undankbar sein. Okay. Wir wollen unser Telefonbuch wieder haben. Das brauche ich noch. Wir auch. Später. Wir wollen doch nur unser Telefonbuch wieder haben. Das brauche ich noch. Wir sind aber keinen Stress gewöhnt. Ihr fühlt euch schlapp? Ja. Schwach? Wie eine Flasche leer? Ja. Dann fragt euren Arzt oder Apotheker und nehmt die richtigen Pillen. Pillen. Okay, hier sind zwei. Oh. Der fliegt. Wow. Und jetzt können wir das Telefon oder was? Können wir das benutzen? Und nun? Und nun? Hä? 090? Ist auch Ausland. 035? 0035 272 486 124 37. Das klingt interessant. Sie haben den Taxiruf Schummi gewählt. Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden sofort bedient. Wenn Sie während der Fahrt bemerken sollten, dass unser Taxi rechts überholt wird, dann schnallen Sie sich bitte an und halten sich gut fest. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ohne Zündschlüssel kann ich den Antrieb nicht starten. Aha. Sätze? Ohne Zündschlüssel kann ich den Antrieb nicht starten. Au, 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 au. Bonn. Auf dem Weg nach Berlin. Da sind wir. Wir verschlucken Sterne. Wenn man genau hinguckt. Die Tür ist zu. Nicht ohne meinen Anzug. Welchen Anzug? Was haben wir hier? So, das letzte Gateward war. Aber doch nicht so. Na wie denn dann? Wow. Und wie sieht's aus? Sehr schön. So nicht. Ach, da ist jemand. Antje, hallo. Hallo, du. Ich bin die Antje, du. Das ist wirklich schön für dich, dass du die Antje bist, du. Ja, das geht voll in Ordnung, du. Da bin ich voll stolz drauf, dass ich die Antje bin, du. Sei einfach du, du. Und ich bin ich, du. Aber klar, du. Das machen wir. Hab ich kein Problem mit, du. Oh mein Gott. Ich habe eine Mission. Ich bin nicht wie du. Ich gehe jetzt. Ich brauche endlich was zu essen. Ich glaube nicht, dass das hier was bringt. Ich glaube... Ich gehe jetzt. Da müssen wir aber erst mal drüber reden, du. Klar, ich habe ja auch nichts anderes vor. Worüber wollen wir denn reden, du? Das mit dem Raumschiff und dem Hineingehen und so, du. Darüber müssen wir reden. Ich dachte, das wäre ganz einfach. Ich wollte durch die Tür gehen. Du kannst doch nicht einfach so durch diese Tür gehen. Sie ist geschlossen, weißt du? Ich glaube, jetzt verwechselst du mich. Der Mann, der durch geschlossene Türen geht, heißt Bruce Willis. Ich wollte die Tür vorher öffnen. Du, die Tür kannst du einfach nicht so öffnen, verstehst du? Nein. Du, ich muss die Tür öffnen. Dann öffne sie doch. Oder wollen wir nochmal darüber reden? Ich darf die Tür nämlich nur öffnen, wenn du mir vorher deine Identitätskarte zeigen kannst, verstehst du? Und woher bekomme ich diese Identitätskarte? Du, ich glaube, es gibt irgendwo im Universum eine Identitätskartenausgabestelle. Dort sitzt, glaube ich, der Kartenbeamte, der dir deine Identitätskarte geben kann. Ich weiß aber nicht, wo diese Stelle ist. Ich habe da nämlich ein Problem, du. Ich komme hier nämlich nur selten raus, weißt du? Okay. Wir wissen ja, wo die Stelle ist, ne? Es gibt ja nur eine Stelle mit einem Beamten. Dann zurück hier. Denn wir müssen wieder in die Unterwelt. Oho. Ein Foto haben wir ja auch schon. Oho. Oh, bitte nicht wieder fliegen. Ich kann es nicht überspringen. Hallo. Wenn ich einmal stören durfte, wenn ich bitte sehr einmal stören durfte, hören Sie mir zu, verdammt. Wie bitte? Aber ja, selbstverständlich. Man hat es kannte. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Identitätskarte. Mit Passfoto? Ja. Oder ohne Passfoto? Nein. Also mit Passfoto? Ja. Sie haben ein Passfoto dabei? Ja. Darf ich es haben? Ja. Danke. Bitte schön. Dankeschön. Was ist das? Ey, wir haben eine Identitätskarte. Wo man auch hinkommt. Kein Einlass ohne Ausweis. Ja. Echt schlimm. So, ab zum Ausgang. Und zur Bar. Und zur Taxi-Schumi. Ah, ist das laut. Und plopp. So, hier ist meine ID-Karte. Ich kann mich identifizieren als der, der ich bin. Du bist du? Das ist schön. Nun lass mich gehen. Auf Wiedersehen. Hoi. Ab in den Gang. Was haben wir denn hier? Aufzug. Ruhezone. Äh. Boah. Aufzug. Komm. Aber doch nicht so. Nicht? Kommandobrücke. Kommandobrücke ist immer gut. Ach, das ist der Raum, den wir schon mal im ersten Teil hatten, ne? Das war hier, ähm... Ach, Lafontaine. Traditionskabinett. Sitzungszimmer hatten wir in den Labor. Ne, das war woanders. Aber, ne, Bad auch nicht. Aber Commander Suite und die Kommandobrücke. Wer ist das denn? Ach, das Gehirn. Kekse. Nur zu, Captain Gysi. Benutzen Sie den Bordcomputer. Sie kennen sich ja damit aus. Danke für das Kompliment. Wir beide wissen doch, dass das Raumschiff Bonn direkt zum Starship Berlin fliegen soll. Fliegen wird, mein Bester. Fliegen wird. Und dort niemals ankommen kann. Sie reden dummes Zeug, Captain Gysi. Das Raumschiff Bonn ist ein Auslaufmodell und pfeift auf dem letzten Loch. In den nächsten 24 Stunden fliegt es uns um die Ohren. Der Weg zum Starship Berlin ist viel zu weit. Und was gedenken Sie dagegen zu tun, mein Bester? Wir sollten die nächste Basis anfliegen und das Raumschiff Bonn dort stilllegen. Programmieren Sie doch den Bordcomputer um. Lassen Sie sich von mir nicht stören. Vielleicht kann ich noch etwas lernen. Dafür brauche ich die Weltraumkarte. Wo ist sie? Tja, wo ist sie denn, die Weltraumkarte? Tja, wo ist sie denn? Wenn unser tapferer Captain Gysi die süße kleine Weltraumkarte braucht, dann muss er sie auch suchen. Wir haben nur noch 24 Stunden. 23 Stunden und 51 Minuten. Sie verschwatzen kostbare Zeit mit mir, mein Bester. Jetzt sagen Sie mir, wo ich die Karte finde. Die Karte? Tja, wie soll ich mich ausdrücken, ohne Ihnen den Mut zu nehmen, mein Bester? Die Karte existiert nicht mehr. Sind Sie völlig durchgeknallt? Nicht so voreilig, mein Bester. Die Karte existiert zwar nicht mehr im Ganzen, aber in vier Teilen. Und jeder dieser vier Teile befindet sich an einer anderen Stelle irgendwo in diesem Raumschiff. Wo sind die vier Teile der Weltraumkarte? Irgendwo in diesem Raumschiff. Also vermute ich irgendwo in diesem Raumschiff. So, und mein schlaues Büchlein sagt, wir müssen den Keks mit dem Schleimbeutel benutzen, damit er weich wird. Richtig? Also ein Schleimkeks. Naja, wie auch immer. Was haben wir noch? Traditionskabinett. Da wollten wir hin. Mit ein E-Brille. Unsers. Hanneloges Kochbuch. Auch unsers. Und dann war noch eine Mumie. 68. Wir nehmen die ganze Mumie mit. Steuerkeule. Ah, das geht nicht. Da ist der Gummiparagraf. Ach, wie süß. Geheimzimmer. Aha. Da gehen wir mal rein. Nein. Doch. Ah. Theo Weigel. Der Mann mit den Augenbrauen. Denn er kann mit den Augenbrauen. Und Weißwurst, Eddie. Ah. Tja. Ach, da gibst du ja Augenbrauen. Huh. Oh, was ist das? Was ist das? Draht. Das war also die super tolle Türverriegelung am Raumschiff Bonn. Nein. Aha. Okay, und nun? Hm. Jetzt zum Beispiel so eine Frage. Was war das jetzt? Oh, ein Euro steht bevor. Na ja, 98. So. Die Türverriegelung war das. Die Türverriegelung. Dann gehen wir mal zum Sitzungszimmer. Oh, der Herr Kohl. Ho, ho. Wer sind Sie denn? Hinselpitt. Sagt mir jetzt erstmal nichts. Aber nun gut. Reden wir mit Kohl. Ach, der Gysi. Der Gysi. Käpt'n Gysi. So viel Zeit muss sein. Ihr Käpt'n kann mir gestohlen bleiben, Gysi. Genau, Gysi. Mir nicht. Sollten Sie nicht auf der Kommandobrücke sein, Commander? Was soll ich dort? Ich hab doch mal einen Bren. Der macht das schon. Der macht das schon. Da bin ich mir nicht so sicher. Außerdem ist es hier so gemütlich. Nicht wahr, Hinselpitt? Nicht wahr, Hinselpitt? Pardon. Jawohl, Commander. Gemütlich. Sie haben so wenigstens einen Imitator gekriegt hier. Für den Commander Kohl. So nicht. Das wird nichts. Wieso nicht? Nein. Nein? Nein. Ach, Mann. So, haben wir noch Thermostat? Das wird nichts. Nichts. Okay. Dann gehen wir ins Labor. Sagt mein Schlaußbuch. Ah. Der Nobby, der Nobby Blüm. Hallo, Lümi, alter Blechkasten. Lange nichts gesehen. Alles ist aus? Blümelschrott? Aber nicht doch. Du bist doch noch ganz rüstig für dein Baujahr. Zu spät? Keine Perspektiven mehr als Raumschiffroboter? Blümel hat versagt. Labormaß Michael ist verschwunden. Und wo ist das Problem? Blümel für Labor verantwortlich. Im Labor viele Tiere. Eine Maus weg. Blümelschrott. Das Tierchen kann man doch wieder einfangen. Blümel darf Labor nicht verlassen. Dann bringe ich dir die Maus zurück. Und du hilfst mir, die Weltraumkarte zu finden. Kein Problem für Blümel. Hat die Maus irgendeine Macke, die ich wissen sollte? Michael frisst viel. Das unterscheidet ihn noch nicht von Commander Kohl. Am liebsten Pille. Das schon. Mischa, aber nicht ich hier, ne? Ist ja süß. Marianne und Michael, die Mäuse. Sie scheint extrem liebesbedürftig zu sein. Das wird nichts. Ah, nee. Wer es nicht weiß, kugelt nach Marianne und Michael. Die beiden Mäuse. Super. Ja, ähm. Ähm. Ich muss mal aufs Klo. Wo ist das Klo? Das war hier vorne irgendwo, ne? Da. Was haben wir da? Da liegt Michael. Das wird nichts. Das wird nichts. Worum nichts? Ja. Okay. Haarlack. Aha. Jetzt haben wir also Harlack. Warum auch immer. Ich hab noch nicht raus, wo man eigentlich den Cursor hinhalten muss, damit er funktioniert. Hier ist geschlossen. Die Möllekammer ist geschlossen. Oh nein. Merkeleum. Direkter Zugriff. Kasse. Es gibt jetzt sogar eine Kasse. Wow. Irgendwie müssen sich die Türen entriegeln lassen. Haben wir schon. Merkeleum. Komm. Nein. Rote Tonne? Auch nicht. Grüne Tonne? Auch nicht. Oh mein Gott. Was ist hier los? Liebesperlen. Ah ja. Das ist bestimmt für Marianne und Michael. Oder? Hm. Und jetzt haben wir mit den Liebesperlen. Auch nicht. Nicht? Hm. Ach, da ist ein Loch. Oh Gott. Gut. Und jetzt haben wir ein Draht mit Pille. In einem Loch. Aha. Haarlack. Also darauf muss wirklich einer kommen. Haarlack. Jetzt auf Draht mit Pille. Und. Nein. Nee. So nicht. Können wir jetzt. Michael einsacken. Aber jetzt mal im Ernst. Hm. Gut. Ich sage dazu nichts. Ähm. Die bringen wir jetzt mal schon noch. Blümel. Na. Der war im Labor. Und geben ihm die Labor-Mausmischer. Eine Stunde ist gekommen, Blümel. Michael sitzt im Käsen. Jetzt sag mir, wo die Weltraumkarte ist. Blümel weiß es nicht. Ich habe so ein Rauschen im Ohr. Kannst du den letzten Satz wiederholen? Blümel weiß es nicht. Entschuldige. Wie war das im Mittelteil? Blümel weiß es nicht. Aber ich weiß, wo deine Batterie sitzt. Eingriff und Blümel ist passé. Zum letzten Mal. Wo ist die Karte? Nimm das. Was machen die denn hier? Die ist liebebedürftig. Und der macht Frühsport. Was haben wir jetzt gekriegt hier? Mumie. Haarwuchsmittel. Verkrobter Handspiegel. Ähm. Ähm. Mal kurz speichern hier. Was nehmen wir denn am besten? Ähm. So. Nehmen wir mal. Ach, ist egal. Ja. Ja. So. Ähm. Kommandobrücke. Machen wir täglich sowas, indem wir, ähm, Haarwuchsmittel auf den Gehirn schütten. Jetzt kriegen wir ein Rollbrett. Jetzt kriegen wir ein Rollbrett. Super. Also. Diese. Ach nee. Teil der Weltraumkarte. Aha. Okay. Ja. Das wird nichts. Gang. Wer bist du denn? Lara Nolte. Ha ha ha. Wer singt sie? Und was wollen sie? Ich bin ihre neue Avon-Beraterin. Und wer sind sie? Das Maskottchen. Sagt Onkel Kohl immer. Ich bin seine Augen. Äh. Wie hieß das nochmal? Augenwiese. Nein. Augen. Verdammt. Jetzt hab ich's schon wieder vergessen. Augenweide? Genau. Ich bin seine Augenweide, sagt Onkel Kohl immer. Wenn er mir. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Über den Kopf streicht. Ach so. Da hab ich heute genau das richtige Angebot für Sie. Haarspray. Für das strapazierte Haar. Und wie sieht mein Haar aus, wenn ich es damit einspraye? So wie meines. Teuerste. Ist das kein Argument? Aber mein Haar ist doch schon kuschelweich, sagt Onkel Kohl immer, wenn er mir über den Kopf streicht. Sie haben natürlich recht. Ich würde sogar sagen, es ist schäfchenweich. Und aprilfrisch. Aber auch das Vollkommene kann man noch perfekter machen. Ich bin perfekt, sagt Onkel Kohl immer, wenn er mir über den Kopf streicht. Oh mein Gott. Tja. Ihr Körper ist perfekt, aber... Ja? Ihr Kopf... Er ist auch perfekt. Wo bitte hängt Ihr Spiegel? Onkel Kohl sagt, ich brauche keinen Spiegel. Ihre Avon-Beraterin empfiehlt, schauen Sie in den Spiegel. Okay. Gib ihr den Spiegel. Ahhhh. 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 Nein, 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 nein. Was haben wir hier? Salz? Keine Ahnung. So, was nehmen wir mit? Saure Drops. Schlafmütze. Und? Lecker, Gotterspeise. Oh mein Gott. Oh, da hat einer doch geraucht dabei, als das Spiel entwickelt wurde, oder? Das kann mir doch keiner erzählen. Wo ist ein Commander Co. jetzt? Ne, da nicht. Da auch nicht. Wo war er denn? Ne. Sitzungszimmer, oder? Ja. Ach Gott, ey. Ich wüsste, wie sie es sich noch gemütlicher machen könnten. Was verstehen die schon von Gemütlichkeit Gysi? Von, von Gemütlichkeit Gysi. Wenn sie eine Schlafmütze aufsetzen, haben sie ihre Ruhe. Ich habe auch so meine Ruhe. Meine Ruhe. Meine Ruhe, Hinselpitt. Pardon, deine Ruhe. Nein, Hinselpitt, meine Ruhe. Jawohl, meine Ruhe. Ach, der ist einfach zu blöd. Wie wär's mit einer Schlafmütze? Jetzt fängt der schon wieder davon an. Wieder davon an. Wer die aufsetzt, kriegt nichts mehr mit. Ich krieg auch so nichts mehr mit. Nichts, nichts mehr mit. Mit der Schlafmütze kriegen sie aber nie wieder etwas mit. Na gut, Hinselpitt, nimm endlich diese Schlafmütze, sonst gibt der Gysi keine Ruhe. Gibt der Gysi keine Ruhe. Genau, wie hast du Schlafmütze? So, und jetzt müssen wir irgendwie was Kalt stellen. Das wird nichts. Was ist denn das für eine Hundekälte? Gib die Mütze her, Hinselpitt. Mir frieren deine Ohren ab. Oh. Wann du? Wir wollten Streit. Ach, wir haben einen dritten Teil der Karte. Ich geh am Stock. Das wird nichts. Nein, das wird nichts. Okay, cool, schläft auch. Ach, nee. Ein paar dialogreife Kracher sind ja hier mit dabei, muss man ja dann sagen. Das ist sauer. Die Story, sorry. Das ist, äh, wo müssen wir jetzt hin? Lager. Oh Gott, oh Gott. Das Lager hatten wir schon mal. Da ist nichts weiter außer die Raumanzüge. Und wir haben einen Raumanzug. Das ist schon mal gut. So, ich glaube, jetzt kommen wir wieder zu Theo Weigel. Wir müssen zur Kasse. Na, der mit den Augenbrauen. Münzen, Theo. Irre ich mich oder gibt es Sie zweimal? Hm, 150.000, da muss man ja mal rechnen und so. Und man da. Wie meinen? Ja, wenn ich jetzt das noch zusammenhabe, dann kommen Sie da raus. Ich habe Sie aber schon mal gesehen. Sie stehen im Geheimzimmer. Und jetzt stehen Sie hier. Das geht doch gar nicht. Ich stehe hier. Das andere ist eine Statue, Sie tropft. Ich dachte, eine Statue bekommt man erst, wenn man tot ist. Oder sind Sie etwa? Ich bin noch sehr lebendig. Und die Statue hat die Crew aufgestellt, weil ich hier so beliebt bin. Und weil Commander Kohl es so wollte. Sie haben aber schöne Münzen. Alles gerettet. Wovor? Vor dem Neuro. Sie meinen die neuen Münzen, die im Raumschiff Bonn eingeführt werden sollen? Ich meine den Neuro. Den Münzentausch haben Sie doch aber selbst eingefädelt. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das sind wirklich schöne Münzen. Ich kann mich gar nicht daran satt sehen. Wie wäre es mit einer Lupe? Eine Brille wäre mir lieber. Brille haben wir. Da. Na. Hat er schon. Aha. Okay. Gut. Ähm. Ähm. Ja. Wir haben den letzten Teil der Karte. Supi. Ähm. Ah. Starship Berlin. Weltraumpension Endstation. Raumschiff Bonn. Galaxis Futura. Ah. Jetzt können wir es steuern. Und jetzt so. So. Au. Oh. 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 Es ist so laut. Es ist so laut. Aua. Aua. Ah. Warum? Es tut so weh. Es tut so weh. Es tut so weh in den Ohren. Au. 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 Ich habe keine Ahnung. was soll ich bloß tun. Oh. 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 Oh, ich krasse mal an. Oh. Das tut weh. Oh, oh, oh. Ich habe keine Ahnung. Angeblich soll man und dann Kraftfelddestruktor untersuchen. Wo auch immer der Kraftfelddestruktor ist. Oder wir aussteigen. Ach, da oben. Oh, Leute. Leute. Das kann es nicht sein. So. Was ist das? Der Munitionsschacht. Kraftfelddestruktor. Geladen. Das wird nichts. Nee. So nicht. Nee, auch nicht. Nein. Nee. Der hat jetzt nicht wirklich Liebesperlen geladen. Und nun? Ähm. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Nein. Nein. Ähm. Au. Oh, Gott. Wo war das? Ein interessantes Spiel. Jo. Und so abwechslungsreich. Jo. Wahnsinnig aufregend. Jo. Ich bin übrigens mit einem Raumschiff gekommen. Ach was. Doch, doch. Jo. Oh. Was ist hinter der Tür? Och, nur so ein Time-Tunnel, ne? Ein echter Time-Tunnel, mit dem ich in die Vergangenheit reisen kann? Jo. Und in die Zukunft? Nee. Zukunft ist nicht. Zukunft ist nicht? Na gut. Passwortmaschine. Passwortmaschine. Medium. Habe ich glaube, irgendwas vergessen zu fragen. Jetzt brauche ich ein Passwort. Für welches Jahr? Äh. 1989. Nicht schlecht, das Jahr. Passwort? G Y S I. Darauf hätte ich selbst kommen können. Okay, na dann. 1938 stand da. Ach so. G. Naja. Ach. Ö. X. Y. Ha. Und rein in den Tunnel. Äppelmann? Worüber soll ich mit ihm reden? Er ist im Jahr 1989 stecken geblieben. Wer auch immer Äppelmann ist. Nein. Das wird nichts. Wurm und Wurmloch, das passt doch zusammen. Ach Gott, oh Gott. So nicht. Wozu die Räucherstäbchen? Warum? Ich versuche ja immer noch einige Sachen logisch selber nachzuvollziehen. Nein. Und schaue dann ab und zu immer auf die Komplettlösung. Aber das ist völlig unlogisch. Warum mache ich das jetzt? Aber doch nicht so. So, jetzt ist, ach, jetzt ist der Wurm raus. Jetzt haben wir einen Wurm. Worüber soll ich mit ihm reden? Und jetzt so? Ach so. Aha. War nur eine Einraumerfahrung. War nur eine Einraumerfahrung. Aber doch nicht so. Für welches Jahr? Ich hab's mir überlegt. Da hat doch einer dran gedreht. Auch wenn ich den erwische. Ach. Ach. Ja, so. Ah, okay. Da hat doch einer dran gedreht. Auch wenn ich den erwische. Ich hatte doch eben noch alle Würfel im Becher. Heute ist aber auch ein Tag. Nee, sowas aber auch. Wo ist er denn? Tja, wo ist er denn? Huch, Shuttle Ritter. Na, junger Mann. Wohin mit uns beiden? Da sie nur auf der Linie Bonn-Berlin fliegen und das Raumschiff Bonn direkt neben uns liegt, bleibt ja als Fahrziel nur noch das Starship Berlin übrig. Das hast du aber schön gesagt, starker junger Mann. Danke. Ich hab nur ein klitzekleines Problem mit uns. Das wäre? Hast du auch genug Geld dabei? Mir war so, als hätte ich am Telefon ganz deutlich das Wort gebührenfrei gehört. Ach, diese Telefonmäußchens bringen so einiges durcheinander. Wie viel soll es kosten? Hm, für den langen Weg zum Starship Berlin? Tja, eine ganze Menge. So viel habe ich nicht. Dann wird es wohl nichts mit uns. Oder wir nehmen die Abkürzung durch das Wurmloch. Das geht schneller und kostet weniger. Dann mal los. Wohin? Durch das Wurmloch. Äh, du musst es erst finden, Herzchen. Dann sehen wir weiter. Oh. Okay, ähm. Wurmstern. Also. Du hast ja jemanden Zeit gelassen, Minjun. Oh. Oh. Entschuldigung. Das ist so fernab jedweder Realität und Logik und Nachvollziehbarkeit. Hallo? Hallo? Haben wir da nicht was vergessen? Das Fahrziel? Starship Berlin. Immer das Wurmloch. Äh, äh, äh. Ein Spaßvogel ist der auch noch, unser Schatzi. Sie meinen Geld? Jetzt hat's gedimmert. Würde aber auch Zeit, nicht? Im Moment sieht das aber schlecht aus. Siehst du diese Luke hinter dir? Ich drücke jetzt auf einen Knopf. Und du schwebst wie ein kleiner Satellit durchs Sonnensystem. Sie meinen, ich soll aussteigen? Mitten im Weltall? So kann man das auch sagen, Minjun. Oder kannst du mir was anderes bieten, wenn du schon ohne Geld einsteigst? Ja, Mercedes. Sieht teuer aus und kostet nichts. Genau das Richtige für Rita. Danke für den tollen Stern, Minjun. Du hast immer eine Fahrt bei mir frei. Ruf an, wenn du mich brauchst. Mit einem Streifen im Weltraum. Das ist das Loch. Ah, Berlin. Popös. Die Gauchschleuse. Uh, haben wir Brennen? Der hat mir gerade noch gefehlt. Okay, 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 okay. Gut, ab in die Gauchschleuse. So komme ich nicht durch. Warum nicht? So nicht. Oh, wir klonen uns. Oh, wir klonen uns. Können wir noch was machen? So nicht. Wie kommt man bitte schön da drauf? Ah, wir haben jetzt ein System lahmgelegt. Wow, 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 wow. Ähm. Die Besucher des Starships Berlin werden gebeten, sich zuerst in der Kommandobrücke zu melden. Okay, und wohin? Deck 1. Ey, wer bist du denn? Captain Ruck? Tritt ruhig näher, Captain Gysi. Captain Ruck? So ist mein Name. Der große Steuermann? So ruft man mich. Wieso sind Sie an Bord des Starships Berlin? Wo ist der neue Commander? Und woher kennen Sie meinen Namen? So viele Fragen und so wenig Antworten. Sind Sie der neue Commander? Ich steuere der Starship Berlin nur so lange, bis der neue Commander an Bord ist. Wann kommt er? Vielleicht ist er schon da? Wo denn? Soll etwa ich? Wer weiß es? Wer will es wissen? Bei allem Respekt. Geht es nicht ein ganz klein wenig konkreter? Löse die Aufgabe. Eine Aufgabe? Für mich? Ganz allein? Bestehe den Commander-Test. Zünde den Quarkantrieb und fliegt das Starship Berlin zur Galaxis Futura. Das ist alles? Nur der wahre Commander ist in der Lage, den Quarkantrieb zu zünden. Wenn ich den Antrieb zünde, bin ich also der neue Commander? Zünde ihn. Zünde ihn gut. Oh Mann. Okay. Ab zum Aufzug. Deck 4. Der ist ja da. Wo müssen wir hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In den Maschinenraum. Repo-Raum, Reaktor-Raum. Maschinenraum. Und du? Dann müssen wir den einfach mal zünden, ja? Überraschung. Gelungen. Unser Held möchte Commander werden? Kein Problem, ich muss nur die beiden Schalter benutzen. Und vorher ihren Körper von zuckenden Blitzen massieren lassen. Aber mancher steht ja drauf. Sie werden geschmacklos, Brain. Damit müssen sie leben, wenn sie wissen wollen, wie sie lebend durch die Blitze gehen können. Wie kann ich denn? Großmutter, warum hast du so lange schwarze Haare? Die habe ich einem gewissen Käpt'n Gysi zu verdanken. Kennen Sie den? Flüchtig. Steht den aber gut. Sieht richtig flott aus. Wie John Bon Jovi auf einem Skateboard. Ich pfeife auf Bon Jovi. Ich schwitze wie ein Schwein. Sie haben mir das eingebrockt. Sie müssen die Haare wieder beseitigen. Und wie? Suchen Sie in der Bibliothek nach einem Buch mit Anti-Haarwuchsmitteln. Und? Und was noch? Und wofür? Nichts ist umsonst. Das müssten Sie doch am besten wissen. Holen Sie mir die Haare vom Schädel. Und ich sage Ihnen, wie Sie lebend durch die Blitze zu den Schaltern gehen können. Und wieder zurück? Und wieder zurück. Und wieder hin? Und wieder hin. Und wieder zurück? Nerven Sie mich nicht. Wie kann man einen Breen nicht nerven? Gehirnschmalz. Nehmen wir mit. Wer weiß, was man mit Gehirnschmalz alles machen kann. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Gut. Wir sollen ins Holodeck fahren. Dick 2. Und mit. Holo. Kantine. Und Küche. Holodeck. So. Ach, da ist Holger. Hallo Holger. Ich möchte das Hologramm einer Bibliothek. Kommt sofort. Mit Wänden aus den edelsten Hölzern. Regalen, die bis zur Decke reichen. Mit Büchern. So wertvoll wie der Schatz des Priamos. Mit golden glänzenden Leselampen. Über schweren dunklen Tischen. Darauf grünes Linoleum. Einen zärtlichen Duft verströmt. Man tut, was man kann. Hey, Sie. Komm, nennen Sie her. Ausweis. Ich habe keinen Ausweis. Ohne Ausweis keine Bücher. Verstanden? Ich glaube schon. Gleich Kranitzki. Hallo. Kenne ich Sie? Woher soll ich das wissen? Ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Sie sind doch... Sie stören mich beim Lesen. Was lesen Sie denn heute? Schlafes Bruder? Zettelstraum? Alles Quatsch. Sowas lese ich nur fürs Publikum. Privat lese ich ganz was anderes. Tausend legale Steuertricks. Das Telefonbuch. Das ist alles ein riesengroßer Schwachsinn, was Sie hier erzählen. Ich will Ihnen etwas sagen, junger Mann. Privat lese ich am liebsten Kochbücher. Leider gibt es in dieser armseligen Bibliothek nicht ein einziges Kochbuch. Kann man helfen. Endlich ein nützliches und gut geschriebenes Buch. Okay. Und jetzt... Jetzt aber den Ausweis. Juhu. Den geben wir jetzt der Schreihalts-Tante hier. Und nun? Okay. Buchstützen. Es ist der blanke Wahnsinn. Was haben wir noch? Gibt es da noch was? Hä? Es soll hier noch ein Buch geben. Freche Sprüche. Äh. Es soll hier noch ein Buch geben. Es soll hier noch ein Buch geben. Äh. Oder muss man mit ihr... Nee. also meinen meine meine mit keinem sprechen so kriegt man natürlich auch zeit rum das wird nichts toll wir sind nur noch gefangen hier in dem raum oder was nein warum doch hier nichts weiter buch freche sprüche mit gizy bild leute die oder nein es gibt schlechtere bücher selbst in guten bibliotheken haarex haare weg in drei sekunden eine flasche der derivat ein schuss ameisensäure und ein schluck möbel politur in einem säurefesten gefäß gut verrühren und unverdünnt auf das haar geben nebenwirkungen sind nebensache super saure drops naja haben wir doch fast alles hier nein nein können wir jetzt raus sehen alles alles nur keine ameisen mehr okay schürze mit zucker süßer götterspeise warum jetzt haben wir die ameisen juhu die sind weg alle ameisen sind weg ich bin ihnen ja so dankbar keine ursache geben sie mir eine flasche alkohol derivat und wir sind quitt ich bin untröstlich aber alkohol ist im starship berlin leider verboten sie sind koch und besitzen kein alkohol da genauso ist es und sie wissen auch nicht wo ich alkohol bekommen kann ja das ist etwas anderes folgen sie mir aber unauffällig okay schöne sarah meine brille ist okay ich sehe sie ganz deutlich willst du noch mehr sehen nein ich zeige dir alles das muss nicht sein dann spendiere mir wenigstens eine flasche sekt warum denn man fragt eine dame nicht warum warum nicht hast du schon den sekt bestellt nein 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 das macht mich traurig sie sind leo ich weiß sie sind tot ich weiß geben sie mir eine flasche alkohol derivat da müssen sie zu leo 1 gehen ich denke der ist tot eben der schwimmt im alkohol mein barkeeper wirken sie ziemlich deprimiert ich wurde als leidenschaftlicher würfelspieler programmiert das ist kein grund einer von meinen würfeln ist verschwunden das ist ein grund gut würfel haben wir in mass ein würfel ein richtiger würfel wenn das leo 1 sehen könnte es würde genügen wenn ich leo 1 sehen könnte kein problem oh da ist leo 1 spendiere mir eine flasche sekt warum denn man fragt eine dame nicht warum warum nicht ähm ja aus versehen rausgelaufen hm die eispickel nehmen wir auch mit ähm ok hast du schon den sekt bestellt warum soll ich den mittleren ein nein nein dann bestelle ich sie für dich nur unter protest eine magnum vom feinsten leo 2 warum musste ich den zweiten punkt auswählen sag mir das mal inner mein gott was für ein ungeschickter kerl oh ja passiert ähm so nicht oh monster korken jetzt ist sie jedenfalls bespritzt die schöne sara oh mein gott was haben wir hier jetzt steht auf jemandem hier eine erdnussbutter ach was hat die alles gibt ähm wir müssen in die küche so und in der küche wo haben wir denn metallsieb messer und topf juhu ähm und jetzt geht's los im inventar zuerst saure drops und dann die schürze auf den topf saure drops sind hier auf den topf die schürze auf den topf ähm und im inventory pokal mit alkohol pokal mit alkohol achso der portal ist ja äh pokal ist ja mit möbelpolitur lege so um ne hm achso sollen wir erst das machen hm 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 macht es irgendwann pling oder auch nicht Ah, jetzt hat es Bling gemacht. So, und jetzt? Dann machen wir das mal direkt, wo ist er denn? Aha, und? Das wird nichts. Ja, doch. Ah. Und jetzt haben wir Enthaarungsmittel. Ab zum Maschinenraum. Der war da. Viel. Es wirkt. Und wie? Jetzt sind Sie an der Reihe. Um die Blitze zu überleben, brauchen Sie... Ja? Was? Reden Sie Brain. Rosebud. Sie sind im falschen Film. Konzentrieren Sie sich, Brain. Pardon. Eisenhut. Ich verstehe Sie nicht. Was brauche ich? Einen Eisenhut. Und einen Mantel. Ganz hart. Wie ein Brett. Intelligent, eiskalt und zynisch. Okay. Wir brauchen... Wir brauchen... Naja, Tesla. Wir brauchen einen faradäischen Käfig, sowas ähnliches. Logischerweise. Das wäre jetzt auch wieder ein bisschen Logik. Sieb und Schürze mit Gysi benutzen. Wir haben nämlich das Sieb für den Kopf da. Wupp. Und die Schürze bretthart. Ja, okay. Und jetzt müssen wir was tun. Eiserne Buchstützen sind da. Aha. Aha. Warum auch immer. Zwei Buchstützen mit Monsterkorken. Wieso? Ich frage nicht. Und nun? Hat das jetzt so wirkt? Keine Ahnung. So. Maschinen. Da kannst du hier oben wieder hin. Tritt ruhig näher, Käpt'n Gysi. Käpt'n Rock? So ist mein Name. Der große Steuermann? So ruft man mich. Wieso sind Sie an Bord des Starships Berlin? Wo ist der neue Commander? Und woher kennen Sie meinen Namen? So viele Fragen. Und so wenig Antworten. Sind Sie der neue Commander? Ich steuere das Starship Berlin nur so lange, bis der neue Commander an Bord ist. Wann kommt er? Vielleicht ist er schon da? Wo denn? Soll etwa ich? Wer weiß es. Wer will es wissen? Bei allem Respekt. Geht es nicht ein ganz klein wenig konkreter? Löse die Aufgabe. Eine Aufgabe? Für mich? Ganz allein? Bestehe den Commander-Test. Zünde den Quarkantrieb und fliegt das Starship Berlin zur Galaxis Futura. Das ist alles? Nur der wahre Commander ist in der Lage, den Quarkantrieb zu zünden. Wenn ich den Antrieb zünde, bin ich also der neue Commander? Zünde ihn. Zünde ihn gut. Zünde ihn. Zünde ihn mal so. Tritt ruhig näher, Käpt'n. Nein, nein. So ist mein Name. Der große Wieses sind ich. Wann vielleicht ich wurde? Wer bei allem Löw einer aufsteht? Das ist nur der, wenn ich den zünde. Ja, ja. Oh. Gut. Ähm. Waren wir da schon? Drei. Labor. Labor ist gut. Labor geht nicht. Warum geht Labor nicht? Dann sind wir hier unten noch nicht fertig. Dich. Dann sind wir hier noch nicht fertig. Ach so. Vielleicht zahlt man den Hebel hier unten noch. Das ist der Quarkreaktor. Wow. Der läuft. Das ist der Quarkreaktor. Wahnsinn. Voll fett. Gut gemacht, Käpt'n Gysi. Und nun zum zweiten Teil des Commander-Tests. Noch ein Test? Davon war aber nicht die Rede. Worte sind Schall und Rauch. Frisch ans Werk, Käpt'n Gysi. Was muss ich tun? Wir fliegen zur Galaxis Futura. Das ist mir bekannt. Aber der direkte Weg ist gesperrt. Wir müssen eine Umleitung passieren, an deren Ende die Ursuppe auf uns wartet. Ich dachte, die Ursuppe hätte sich vor 15 Millionen Jahren aufgelöst. Bis auf diesen ebenso kleinen wie gefährlichen Rest. Manövriere der Starship Berlin durch die Ursuppe und der Commander ist für dich greifbar nahe. Das wird nichts. Oh Gott. Ursuppe. Aber jetzt ist, glaube ich, Deck 3 frei. Deck 3 ist frei, oder? Warum auch immer. Es gibt keinen Hinweis auf sowas und kein nix. Und aha. Was sollen wir denn hier tun? Warum auch immer. Warum sollen wir einen Eispickel... Geht das noch lauter? Also ich werde die Räuschkulisse maximal global, also für die gesamte Audiospur ändern, aber nicht für die einzelnen Teile, damit ihr mal mitbekommt, was das teilweise für den Ohr und für den Schmerzen sind. Wir haben jetzt Spiegelschirmen. Das ist schön, dass wir Spiegelschirmen haben. Und die sollen wir jetzt auf den Glaskolben werfen. Nein. Hä? Die haben wir jetzt im Glaskolben. Okay. Okay. Und jetzt schmelzen wir das ein. Richtig? Ähm. Ähm. Hä? glaskol mit chrom das wäre jetzt deck 4 in den repo raum repro hier wird reproduziert und zwar blockflöten na super das braucht das land so nicht so nicht ok und du aber doch nicht so fertig aber noch salz so nicht so 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 nicht so jetzt müssen wir wieder in die küche wo war die küche wo war die küche wo war die küche deck 2 kantine küche genau jetzt haben wir in seck kübel mit salz gestreuselten chromo bonds das wird nichts und jetzt soll die offen und du die muss dringend geschmiert werden 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 schmalz ok oh god und nun jetzt kriegt das ding gut gemacht captain kissy und nun zum dritten teil des kommandertests noch eine aufgabe aus wieviel teilen besteht denn dieser test dies ist die letzte aufgabe höre was der mann sagt welcher mann dieser mann ich sag mal so ich sag mal so jeder muss alles geben war das schon die aufgabe auf dem platz stehen und draußen sein aber klar mann ich sag mal hinten rein stellen und vorne punkten nur keine aufregung der onkel doktor kommt gleich ins tor treffen und den kasten sauber halten verstehe jeder hat sein päckchen zu tragen muss ich das verstanden haben löse die aufgabe dieser kauder welch soll eine aufgabe gewesen sein siehst du die ampel sie steht auf rot löse die aufgabe dann wird der torhüter die ampel auf grün schalten und der weg in die galaxis futura ist frei jetzt müsste ich nur noch wissen worum es eigentlich geht löse das ungelöste paradoxon sei an zwei orten aber zur gleichen zeit das ist unmöglich sei im raumschiff und außerhalb aber zur gleichen zeit ausgeschlossen sei drinnen und draußen vereine das unvereinbare ich und du jing und yang berti und effe dazu müsste ich meinen eigenen doppelgänger herstellen und im weltall schweben lassen dann bin ich gleichzeitig drinnen und draußen löse die aufgabe löse sie gut oh man er hat ja schon ein hinweis erzeugt erzeugt gesagt holodeck holodeck wo war das holodeck ich weiß es nicht mehr 2 holodeck genau was kann denn holger uns sagen ich möchte ein hologramm von mir mit brille oder ohne mit brille war ein nur witz hologramme von mitgliedern der besatzung sind nicht gestattet aha nein nein ich möchte ein hologramm von einer mumie mit bart oder ohne dein witz wird immer witzloser man tut was man kann ok ok warum wieso Captain Yeezy Foto nicht was noch was fehlt noch aber doch nicht so was brauche ich denn noch was brauche ich denn noch Corona also es ist wirklich und jetzt und jetzt warum geht es hier nach links warum warum kann man das hier mal verraten so nicht und nun kann man erzählen, wie man bitte hier den Weg zum vierten Teil des Kommandertests und nun zu etwas ganz anderem du hast den Kommandertest bestanden dann bin ich der neue Kommander des Starships Berlin? nein, noch nicht um das Starship Berlin allein zu steuern musst du noch viel lernen aber das wird schon da bin ich aber gespannt übrigens habe ich dazu gar keine Lust fliegen Sie ruhig alleine weiter das Weltall unendliche Weiden das Starship Berlin fliegt in die Galaxis Futura Captain Gysi hat seine Aufgaben gelöst aber warum will er unbedingt zur Galaxis Futura? was ist an diesem Sternenhaufen so interessant? verbirgt sich da draußen ein großes Geheimnis? und sehen alle Futurianer so aus wie Torhüter Olli? werden wir es je erfahren? nein aus 2 3 4 5 Vielen Dank.